Und da man noch keine ICE-Vakuums auf der Oberfläche des Mars gesehen hat, gibt es da auch keine Marsmännchen. Also, aber das nur für Spaß. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen der Größe von Lebewesen und der Gravitation eines Planeten? Man muss sehen, dass wenn ein Planet sehr, sehr, sehr schwer ist, dann ist er was ganz anderes als das, was wir von der Erde kennen. Dann wird er auch eine sehr dichte, sehr schwere Atmosphäre haben. Das heißt, wenn ein Lebewesen da überleben will, dann wird es flacher, kleiner sein. Wenn die Atmosphäre zu dünn ist, müsste ein Lebewesen im Prinzip schon deswegen größer sein, weil um bestimmte Stoffwechselprozesse anzuregen, muss eine bestimmte Atmungsfrequenz, eine bestimmte Art Luftmenge auch aufgenommen werden. Wenn wir jetzt mal nur an den Sauerstoff denken, da gibt es ja so eine schöne Rechnung. Marsmenschen hätten bei der atmosphärischen Dichte, die ja momentan ist, ungefähr einen Brustkorb so groß wie ein ICE-Waggon.